Willst du uns dich erst einladen in der Partyshow? Hey ho, hallo meine Freunde und willkommen zum neuen Stream von eurem MC Zocker. Psst, Jonas, ich glaub der ist dumm. Ja, und heute streamen wir mal mit den Lieden, jetzt immer müsst ihr euren Namen so professionell sagen, mit der Lieben... Let it Lea. Und dem Lieben... Krabblex Youtube. Interfekt. Slash Party in White. Alter, hier steht die perfekte Freundin, äh, ist ein R. Ja. Ähm, möchtest du trotzdem deine perfekte Freundin sehen, Felix? Was, bitte? Deine perfekte Freundin ist in Lobby, wo bin ich? Auf Lobby 9, am Spawn. Schnell, komm, deine perfekte Freundin wartet. Ach du kacke, wie heißt die? F-S-D, F-S-D, F-D-S-V-U in H-G. Ähm. Dreh dich um, hinter dir, ja hier, 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 da 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 da! So Leute, auf jeden Fall Leute, werden wir heute ein bisschen auf Goma spielen. Hey wo bist du Lea? Ja, hier, ich spring doch! Ach scho. Da, die, die da! Du bist ja. Hab' ich doch grad vorgelesen, wer das ist. FD. Was ist denn so ein Skill, Leute? FDS, HUN, äh, HHUCHG. So, ihr habt beide beigeredet. Ihr könnt auf jeden Fall auf GOMMA jetzt mal eine Party betreten mit Slash Party Join MC Zocker. Ähm, genau, perfekt. Der Typ verlangt Geld von uns, dass wir hier sind. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall mal die Party... Die Party-Einstellung machen, dass ihr beitreten könnt. Ähm, Party für MC Zocker, warte. Party da ist privat. Die Party ist nun öffentlich, perfekt. Fisch kommt hinterher. So, ich hab' den nochmal hin Slash Party Join MC Zocker-Ups-321. Ich kann mich nicht hemmen. So. So, ich würd' sagen... Seid ihr alle drin? Ja. Ja. Jetzt würd' ich wieder raus. Uff. Uff. Uff, Digga. Das ist belassen, wenn ich die Präge rauf. Weil Trimax und er ist nicht... Yes, oder? Glaubt ihr, das ist der? Ich bin Rinne, ja? Was soll ich für ein Kid nehmen? Ich nehm immer Enderman. Ich nehm immer Enderman. Ich nehm immer Sense-Man. Und mit wem von den beiden komm ich ins Team? Kommt Enderman? Ich kann Enderman? Ja, Digga. Das ist keine Team-Runde, Alter. Ja, ich hab verkackt. Du verkackst immer. Warum würd' ich einfach mal so ne Dreierrunde spielen? Dass wir drei mal in meinem Team sind. Ja, gegen niemanden. Alter, wie viele Ender-Schmolz ich hab. Ja. Ja, ich bin Ritsch. Ich glaub, die haben irgendwie Ender-Pellen. Ja, ich bin ehrlich so. Ich hab auch so gar keinen Plan, was dir auch geht. Ich krieg' mich alleine in nem Team, oder was? Ja, ja, genau. Ja! Zum fünften Mal. Hm, soll ich mir ne Brustplatte machen, oder soll ich doch eher auf Schwert gehen? Hm, was kann man bloß mit so vielen Schuhen unten einfangen? Oh ja! Ich bin fast Full-Tier. Ey, wie ist das hier? Explodiert das TNT hier automatisch? Nein, nein, natürlich nicht. Nein! Ne, du! Ach so, Leia! Ja, aber du! Ja! Ne, du explodierst. Oh oh! Ah! Wo bist du? Ich hab mich zu der Gruppe. Ach, keine Ahnung. Ich bin... Mein Gott, ich werd gepusht. Ich werd gepusht. Ja! Lass mich in Ruhe, du verrückter! Hast du mich gerettet gepusht? Ja, aber es war keine Ahnung, dass du direkt neben mir bist. Oh, ich lebe. Ich leb auch. Ich hab das Leben gewählt. Ich leb auch, ne? Vielleicht wartest du diesmal, anstatt gleich immer rauszugehen. Ey, das ist irgendwie richtig ungewohnt, gerade ohne Yeezys. Nein, ich bin runtergefallen! Aua! Ja, wenn man immer Yeezys auf Prüfergames anhat, dann äh... Felix neigt dazu... Oh, ich hab meinen ersten Kill gemacht. Oh, wer lebt das? Nope. Nope, 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 nope. Felix neigt dazu, wenn wir äh spielen, dass er einfach in neue Runden reingeht, statt einfach mal zu warten oder zu fragen, hey, lebt ihr noch? Felix nicht. Ne, der geht einfach. Ja, wenn ihr nix zurück sagt auf, lebt ihr noch? Du antwortest! Du sagst ja nicht mal was! Du fragst ja nicht mal was! Ja! Grablex war es für Scheid und da erkennt ich mich niemals auf. Nur für die Container Events. Ne, die Kiss nehmen wir jetzt. So... Oh, Mann. Ah! Boah, bin ich jetzt schon wieder. Alter, fährt mit einfach so'n, so'n, so'n Spinner einfach vom Himmel. Ja, so'n Spinner. Lass dich TNT weg, Alter. Lass dich TNT weg, Alter! Lass dich TNT weg, Alter! Was hat der denn für'n... Warum baut der Typ hier vorne mit nem Schwert in der Mitte den Zaubertisch ab? Weil er schon... Der ist schon mal tot. Okay, ich glaube das mal... So, wir machen, wer länger erlebt bekommt, äh... Coolheit und Ehrung. Ich glaube, Leon... Leon, La... 1, 2, 3, 4, 5... Ist nicht grad so der Heldste? Na, keine Ahnung, Leute. Oh, ich hab' wieder'n EP gefunden, hm? Ich hatte drei EPs. Ich hab' zwei verzauberte Diahosen. In zwei Kisten hab' ich jeweils noch eine Dings bekommen. Der Luis Dilla Rocher Herrmann hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Ne, lassen wir jetzt alle zu dritt hier Happy Birthday singen. Seid ihr bereit? Nein. Du fängst jetzt! Du willst du denn nicht? Herzlichen Glückwunsch, Herrmann. Hallo, Raffi Lohmann. Nein! Gern mal bei Raffi Lohldeck da vorbei. Ich werde nicht singen. Nein, 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 nein. Wir singen jetzt. Kuss auf. Felix, rechts von dir ist einer. Oha, jetzt kostet der auch noch. Dann sing ich halt alleine. Happy Birthday to you! Lea, reicht, reicht, reicht. Warte, warte! To you! Happy Birthday, liebe Luis Dilla Rocher Herrmann! Etwas lang. Happy Birthday to you! Der Typ erzählt mir irgendwas, wo man er nicht runterschmeißen kann. Pass auf, Digga. Der ist voll der Sweater, alter. Ja, der ist Sidney, der hackt ein bisschen. Keine Ahnung warum, aber ich war full. Er hat mich mit einem Hit auf ein halbes Herz runtergeschlagen. Tüch, hast du untergefallen? Ja, und Felix braucht es einfach mit Jungel. Er hat einen kleinen Stücken, weil es wieder auf der gleichen Höhe wie du. Die Atemluft ist zu dünn. Ja, hat er auch gecheckt. Und die Atemluft ist zu dünn. Der Elis möchte gegrüßt werden. Es haben sich viele Sachen geändert auf dem Server. Kommt, er ist über dir. Felix 99 einfach mal ein bisschen Abwechslung. Er ist über dir. Oh Gott. Soll ich lese auf dem Vergleich noch mal hier den Live-Chat vor? Oh Gott. Er hat einen Kopfhör. Der Elis möchte gegrüßt werden. Der Luis Dilla Rocher. Los. Los. Mein EP, mein EP, mein EP. Oh, mein EP kam nicht an. Hat mich getroffen. Aber gut, dass du dich im Wasser gerettet hast. Ich hab noch ne EP, ich hab ne EP, ich hab ne EP. Die würde aber nicht so weit fliegen können. Ich kann dir nur sagen, dass wo sie geflogen ist, wenn du schmeißt. Ja, lange nicht so weit. Doch, doch. Das ist aber gar nichts. Okay, dann spring ich hier um und dann lese ich mal weiter. Ähm, noch nie so was schönes gehört, ja. Danke schön. Danke schön. Wie geht's dir? Coole Instastorm übrigens. Hallo Bademantelboy. Hallo Eli. Hallo Louis. Achso, nee. Hallo Elis. Ich möchte gegrüßt werden. Hallo an alle Leute. Wie geht's? Risky Risky. Risky Risky vor allem. Risky Rikki. Grüß gehen raus Risky Rikki. Grüß gehen raus Risky Rikki. Uff. Jetzt seid ihr aber dran. Mit wem bin ich jetzt im Team? Mal gucken mit. Ja, mach einfach random. Okay. Ich bin einfach nur in einem Team gegangen. Ich bin einfach nur in einem Team gegangen. Ich weiß gar nicht mal was für Kids. Der JaniMani01 möchte äh fragt. Kann man mit dir aufnehmen? Ähm. Ja klar. Wenn wir uns mal irgendwie auf Teamsweek treffen und wir eine gute Idee haben, können wir uns gerne mal machen. Ich bin mit Grablex im Team. Ja eh mal. Ich bin allein. Los komm. Wir nehmen ihn auseinander. Die Kitte hab ich. Ich hab denkst. Ich brauch das alles gar nicht. Ja ja das denkst du. Ich hab das nicht nötig. Nice. Normalleute wenn sie coole items finden. Oh cool. Grablex wenn ihr coole items findet. Ja das hab ich ja alles nicht nötig. Richtig arrogant. So was brauch ich nicht. Ich bin im Minecraft Twitch wäre das was für mal mehr. Ey ey. Wenn du noch einen zweiten Dia hast dann komm mal her. Ne hab ich nicht. Also ich hab dann hätte ich noch einen für dich. Ich kann euch vier Dia's geben. Ne aber danke. Aber äh hast du hier irgendwo ein crafting table oder so? Ich hab kein Holz. Ich geb euch vier Dia's. Wenn ihr mich gewinnen lasst. Ah ne das schocken wir dann auch ohne diese vier Dia's. Oh. Uh. Ansack ist raus würde ich sagen. Ach Digga. Es gibt ja gar kein Craft. Ach leck mich doch. Mach's nicht klar. Alter. Wie lange hast du denn kein Gomme. Alter. Oh mein Gott. Zwei EPs und Runterwerfsachen. Ich hab Runterwerfsachen. Ja wird Zeit das wir uns auch mal in den Middlebauen. Warte ich muss mir mal ein bisschen Baumaterialien hier holen ey. Okay. Ja ja gut. Ich werd gepusht. Ich werd gepusht. Ja normal. Pass auf dass wir nicht gepusht werden. Ja okay dann bau ich den Weg wieder ab den ich grad gebaut hab okay. Oh hier vorne war das ne Kiste. Hat sich ja gelohnt. Na ja wie ist die beste Grußplatte. Tschüss Leute. Nein. Ich hätte die runterwerfen können aber ich hatte meine Eier nicht in dem richtigen Slot. Seine Eier. Ich hab endlich welche müsst ihr wissen. Ja die gehen auf euch. Geht auf. Ja die gehen auf euch. Mir geht's gut. Ja die gehen auf die Galaxy. Die gehen auf euch. Die gehen doch auf mich. Ich schmeißt jetzt mal sein Holz weg. Brauchst du das nicht? Doch doch. Ich habe das nicht nötig. Habe das nicht nötig. The Beast möchte ich die gegrüßt werden. Gegrüßt wersen. So die gehen raus an The Beast. Gott. Ja da heißt Date. Mann das ist so ungewohnt. Und hallo ein cooler Game Master. Du wirst übrigens letztens in nem Video glaub ich auch gegrüßt. Lass 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 auf ihn da kommt da. Da kommt er. Bis weiter ist er. Da ist er. EICHE! Was? Wasser kommt da auch einer. Ja von vorne auch. YO der ist der beste! Oh ja ist er. Aber wir haben eigentlich den Zocker geholt. Was ist denn? Wohin? Ich habe überlebt. Ich hatte zwei EPs und habe mich mit der einen an eine Base geworfen und habe dann einen fucking... Der ist bei unserer Base! Ja, der hat mich, der hat mich. Der Typ ist der Beste, Alter. Digga, hä? Der hackt, der bekommt gar keinen Knockback. Ist der tot? Ich leb aber noch. Wie viel leben denn noch? Also ich, ein Team 3er und ein gesamtes Ziel. Ja, aber ich denke, die hacken, weil, guck mal, die haben wirklich gar keinen Knockback bekommen. Ich hätte es auf Waterfight gehen können, aber das wäre unnützlich gewesen. Ja! Waterfight kannst du jetzt eh ja nicht mehr machen. Ich mache das Unmögliche möglich. Ich fassbütsche jetzt mich hier rüber. Ich mache das Unmögliche möglich. Das könnte richtig so ein Werbespruch sein. Wollen sie auch das Unmögliche möglich machen? Rufen sie jetzt ein. Dann steigen sie jetzt ein. 3-8-1-49-78-1-1-0 an. Jetzt hast du ja... Jetzt hast du ja meine... Jetzt hast du ja meine Nummer geliebt. Oh. War keine Absicht. Sorry. Ne, ne. Äh, sorry. Oh. Im Siebel. Nein, da unten. Nein, da unten. Ja. Hallo, im Siezul. Grüße gehen raus. Hallo. Ja, okay. Du bist tot. Ja! Bin tot. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Da geht's ja richtig auf. Ja. Ja. Das hat geballert. Ähm. Marlene Kids schreibt, du bist soooo dumm. Irre. Seh ich auch so. Seh ich jetzt beide drin? Cooler Game Master schreibt, ob du Brawl Stars hast. Ursula Hedt schreibt Hacker. Äh, nee. Ich hab nur Flasho da. Ja. Bad Pony. Wie kann ich mitspielen? Ein Slash Party Join MC Zocker. Einfach. Ganz gelegen. Hier in game machen. Ursula hat sich Resistenz 5 geholt. Sepp ist auch in der Party, hab ich gesehen. Wer ist in meinem Team? Ich bin schon wieder mit Krim... Ich bin... Ich bin schon wieder mit dem Wenderman Team, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Pfff. Alter, ich mach ne ungerade Zahl. Wie viele Leute sind denn hier in der Party? Vier. Ah ne, ich bin glaub ich mit Sepp, oder? Ja, ich bin mit Sepp. So sehr einfach. Damals gibt's nicht... Ich hab... Ich hab... Ich bin grad so dumm da. Ich hab grad den Gedanken gehabt, du Scheiße, wo ist das Bett, Mann? Ich muss es zubauen. Ja, das ist so typisch leer. Nee, es war einfach typisch Badwurst, Flo. Nee, du baust dich so ne Insel rüber, wo gar kein Bett... Wo gar keine Kiste ist. Ähm. Ich hab nicht mal ein Schwert. Er baut sich so ne Insel rüber, wo keine Kiste ist. Ja. Hab ich mich auch mal drüber gebaut. Ich kann dir ne Dings geben. Hier, ich kann dir ne Axt geben. Zwei EPs? Zwei EPs? Zwei EPs? Und ne Helm. Besser als nichts. Warte mal. Hier, das bräuch ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ihr fickt doch mich. Ich hab zwei EPs und bin tot. Ich geh jetzt nur ne neue Runde, Alter. Nein. Nee, du wartest. Ich lebe noch mehr als... Aber ganz im Ernst. Ich hab zwei EPs und du überlebst nicht. Das kann mir doch keiner mehr sehen. Du willst da hin? Du hast auch nichts ändern deinen Kind. Der Name Damien wird aus der griechischen Form Damias abgeleitet. Diese wiederum hat ihren Ursprung die griechischen Warp. Ähm. Von uns. Das ist wieder... Ach schade, da hab ich getroffen. The Beast macht hier erst mal. Komm dann. Oh fuck, Alter. Nein, nein, nein! 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 Ich hab voll reingedummelt in meiner Endampere, ne? Ja. Ja, ich kann da auch ne neue Runde gehen. Oh, ich leb vielleicht noch. Okay, leb nicht mehr. Ja, der Beast fragt, wie du heißt. Ich heiße MC Unterschutz. Immer noch Nudeln. Ich kann da mal hier n Schild rein. MC Unterschutz. Er ist immer noch Nudeln. Bin mir sehr sicher, wenn ich Yeezys hätte, wäre ich viel besser. Sehr besser. Ja, er wundert sich, dass er diese 5 Millionen Ersprünge nicht mehr schafft. jetzt bin ich mit felix im team ja endlich mal mit meinem bruder mein team ich will nicht mit ich hab voll gut gekürzt hast du koppelt nee du nee weil sonst hätte ich dich ja wohl nicht gefragt ich weiß ich habe sogar eisen für dich guck mal meine rüstung vor krass alle bräuchten das letzte rotzimmer ist weil ich mein schwertiger der typ gewascht hier voll rein lehrbauch du ich habe kein schwert oder ich hab kein schwert ich hab voll schützt ja ich hab nicht so hoch leer schon irgendwie dass ich mitkommen es gibt ja keine mitte alter ich nicht so verlebt er noch also holz schwert kraft weil er lebt die kommen nicht schwirren wir sind so schlicht wir sind einfach zu gut ich lasse mich komplett allein lea bist du was machst du aber ich bin allein lea in german in german we say karma hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn in german we say i have ihn woher der war das schlechteste englisch the beast fragt so mein dich jetzt im titzocker nenne der felix hab abo gegeben und gelinkt äh geliked kannst du dich grüßen der linke usula hans möchte die grüße gehen raus an die ursula die gute ursula so the beast möchte wirklich deinen realen vornamen haben ja nudeln felix heißt auf latein nude felix heißt auf latein der glückliche lea doch wirklich habe ich nachgeguckt tatsächlich das habe ich immer im kindergarten das stimmt ich bin ruhig ich bin auf kindergarten story 14 bedeutung felix ist noch zwei solos felix kommt aus dem es sagt also ist es ein lateinischer wort felix kommt aus dem lateinischen und bedeutet der glückliche und bedeutet vom glück begünstigt glück begünstigt wirst du erfolgreich oder glück wirst du möglich der andere der camp hier der hat mich runter geschlagen weibliche version des vornames sind felicitas felixia felixia und felicitas okay lass gleich für sie und die italienische form des namens felixia wir ohne gott wird schon nicht machen ja weiß gott wird doch kann ja das kann ich wenigstens ich kann ich habe gottisch hat sich letztes mehr gelernt habe ich kann auch nicht immer kommen mach mal jetzt ist so beim letzten der hat sich unten verkomplett verbarrikadiert ich habe fast keine blöcke und der hat das das ist richtig gut was richtig einfach nur auf die blöcke gebaut die da unten ja dass sie unter dir war ich wollte es nicht so viel riskiert ja ich weiß der geht würde genau so knuckle kick noch weg gehen wie ich das ist vielleicht gar nicht so schlecht denn es geht nach unten setzen koport zack und da gut schlecht nicht wenn er sich hier unten nein das ist sie okay er baut sich hoch du stadt nie stadt ja wir haben gewonnen gg alter rasiert bisschen skywars noch war das macht das war genau so dieses arrogante lachen wie oder wie hast du damit gemacht typischer anfänger fehler ich bin schon wieder mit dem felix drüber ja dann gewinnst du wieder mit dem glücklichen bin ich ganz glücklich ich kann das beiden in dir schwert machen wenn du mir kopf gibst und holz ich mache eine spitzhacke dann haben wir haben gewonnen nein du gibst mir jetzt ein schwert also sind beide fuldi da sind über ein halbes deck die aus die baust die gehe ich jetzt erst mal fahren wir gucken dass uns niemand brucht ich hole uns beiden fuldi ich und was für ein schwert ok meine faust ok leute kommt zu mir ich habe steuern oder und es tut ganz schön weh wenn ich auch schlage wenn ich auch ein fuldi kannst du mir die werkbank kurz bringen ne sehe ich so aus wie dein pack esel du immer mit deinem pack esel ja so also wenn du dich auch noch nicht ausfahmen würdest ok hier kannst du dir bist du tot ja oh hier ist die kiste und wieder ist der auf sich allein gestellt wie ein paar biern im zoo weil er hat überhaupt nicht gereiht dass ich gesagt habe oh hier ist die kiste lehne macht da ist jemand vor mir der macht sie jetzt einfach halb full dia hier und ich krieg hier so ein waffriges schein schwert hier guck mal hier guck mal leer hier ich bin nie wieder mit dir du kannst hier full dia machen wo diese kreis ab alter wow leute mit drei dias leute kann man sich safe full dia machen ich habe sogar noch einen stock für dich ich will den stock nicht hee du hast den stock bei dir ist eigentlich krabbleck schon wieder tot nein ich lebe tatsächlich sogar noch mein teammate ist tot ja meins ist auch tot also brain tot danke fragte denne ich bauen kann anfänger das war so hat krampft ne da oben ist er ja ich bin tot hä du lebt what tja im gegensatz zu dir kann ich ne enderpelle werfen ne enderpelle da kommen die anderen bekomme ich hast du noch ein wasser für mich ne aber ich denke so bitte wasser ich denke ich bin jetzt low wegen dir ne das ist der krabbelte lex ich krieg immer den miss da hier oh ja ja war das toll oh ho ho hat das gekitzelt da kannst du die aus abbauen dann hast du full die ich hab die spitze weg geschmissen wir sind noch keine dürfe mehr ich hab die ich bin da im weg ich bin da im weg ich bin da im weg oh mein gott oh mein gott das hat keiner gesehen oh mein gott sag wie so du kommst im gegensatz zu dir kann ich enderpellen werfen oh ho 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 und wieder ist der auf sich allein gestellt oh der hat ne angel ah ok spiele für ps1 krabblex was machst du damit holst du sie kommen wird du musst ja mal so ein feld über die bauen dass du sie immer trifft noch die mal zu mir dann hätte ich sie runter ok lehrt minuten wasser einmal gegeben 17 zuschauer ich heiße zimmer von meinten im hallo ich bin der wild mein kopf ist gay da musst du dir nicht angucken wenn du nicht willst ja ist dir mal aufgefallen dass niemand mehr ist krabblex ja weiß ich doch von mir sagt mal ruhig die stecken sich lieber mal die runterschütten ich sehe es da hätte ich jetzt eine angel wenn einer von uns runterfällt ist er direkt unten in der löwenfalle weil da zwei gegner sind wir werden beide runterfallen oder nur du ne nur ich ich bin ein leopard unberechenbar das neue eis ja hast du jetzt tnt nein ja 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 habe ich gerade so low gemacht ich habe ich habe ich habe dann ich habe ganz doll aua ich habe mein herzen überleben ja ich habe ich habe mein gott ich werde sterben wird sterben an einer klar war ich habe zwei herzen ja hättest du da diese nicht diese klar war gesetzt ich hätte wahrscheinlich gedacht ich hätte es geschafft zu gewinnen weil ich dachte du bist so in meinem team aber nicht mich da nicht runter geholt irgendwie dann hätte ich gewonnen genau auf jeden fall kommt am sonntag auch das video mit der lieben liquid leer ich bin oben sieht er mich ja der baut sich hoch ist ob der mich sieht bin ich gar nicht ich habe ihn ich habe ihn doch nicht mal zu viele materialien ich habe jetzt ist die frage wer wird hier zuerst werde ich aber was will ich machen die sind zu zweit haben also du kannst jetzt haubert holen könnte sein diesen machen wir gerade so einfach hier oben wir chillen bis die herkommen ich habe eine sache kann ich machen um zu gewinnen ich kann mir eine angekloppt und das ist aber so das einzige was man kann aber wenn die da und noch eier haben oder so jetzt habe ich auch nur noch elf blöcke wenn jetzt eier oder so hat ja ich kann mich jetzt für den rüber bauen ja super aber ich habe nur noch elf blöcke ich bin ich kaum noch ausgeliefert ja falsch haben ich hätte die bei der easy runter hauen können ja ihr habt doch gesehen ja ich dann der beide an dieser ecke klar wird es locker gewonnen seid ihr beide drin ja ja natürlich bin ich auch nicht seid ihr drin ja nix blitt wer ist denn ein lieber wix blitt er kann es mir nicht wie hier so so mal alle tisch haben alle kids mal kaufen oder so dass man sich das irgendwie schenken wäre ganz cool leider nicht weil ich habe alle kids weil ich habe die durch den rangen bekommen ja ich weiß wenn du bald auch primi plus hast ja und sprich auf 1000 abos körper und dann geht das ich bin raus geflogen nein ich kann nicht mehr ausgehen natürlich kann man ja die 100 bekommen man ist jetzt ja wir sind gar nicht im team ist das 1 auf auch ausgegangen ne du ne du ne ich bin team 1 also ist ja ist x gamer auch in unserer party warum bin ich dann mit ihm die wahrscheinlich war graplex in meinem team aber er wurde gekickt wahrscheinlich ich hab zwei ender schmalz graplex ist irgendwie immer so der hier ist keine meiner skype spieler ich weiß du bist keine mann skype spieler complex du bist einfach so der ja die ford art player da einfach nur skype ist ja weißt du wann ich das letzte mal wirklich aktiv weiß weil ich das letzte mal minecraft pvp gespielt habe gestern vor vier jahren ja so viel für mich nicht ich spiele auch erst seit einem halben jahr wieder mein witziger hey was hast du so lange gemacht wie kommt das mal leben andere spiele gespielt welche welche andere spiel sind besser als minecraft ja Ozturz aus dem zum bieten letztendlich komplett so er hat die kopf-lechens gespielt und einiger das ist nicht besser als meine danke wenigstens einer mal die wahrheit sagt weil liegt auf letztens ich mag es eigentlich aber es ist halt einfach wirklich ein bisschen so kinder gar nicht hier die lassen mir die lassen die müll liegen und es ist einfach möglich ich brauche nicht aus mein gott ich bin so ja weil zwei leute die hinterherlaufen und er geht auf water fight und ist komplett runtergefallen das bin ich ich wollte ihm nicht den kegen ja ich merks quallenfresser der beste name wenn wir die 30 leichter schaffen ich gehe gleich noch auf klare leute da würde ich auch noch ein bisschen was vorstellen weil das ist das ist der server von dem lieben flox fl x der hat mehr als hat mir als doppelt so viel abos wie ich als ich und kamen dann in den letzten tagen mal auf mann discord und hat dazu gemeint ja kannst du vielleicht auch mal was machen hast du über rang und so und deshalb leute kann ich auf jeden fall gleich noch mal auf dem server spielen weil das ist an sich echt ein cooler server da gibt es space jump und so weiter also ja sozusagen wollen wir dann drauf gehen können wir mal einfach nach per level mod ihr seid ja meine ich hab dich nicht bei level mod ich hab dich nicht bei level mod ich hab dich nicht bei level mod du heißt noch mal wie complex youtube na wo es nicht kraft ist ach so was war das jetzt ich bin jetzt ganz gut und ja ich bin jetzt auf diesem plan wir ja mal kurz mir zurückschreibt ich will auch über haben den tollen server zu wissen du wirst ich habe ich direkt nicht so verlieben Ist Flo jetzt AFK, oder was? Woher soll ich wissen, ob .de.com oder .de zu... Wie heißt das Server nochmal? Plaria.net Warum denn net, Alter? Warum denn net, Alter? Warum denn de? Ach, Plaria! Nuschel nicht so! Hör doch einfach zu! Ich mach jetzt mal einen Join-Me, da könnt ihr mir gerne beitreten. Also wenn ihr mir nicht beitretet, ist halt verkackt, aber... Versteh das nicht. Ich will wieder selber zur Liste hin. Jetzt drück mal, drück mal! Drück mal auf Clicky hier! Was? Achso, hier. Mach gleich ein Leer, du auch. Leer, schnell! Wo denn? Ich kam noch gerade erst! Ich hab einen Join-Me gemacht, du musst auf Clicky hier drücken. Ich bin noch gerade erst gekommen, ich hab deine Nachricht noch nicht. Was ist das für ein Spiel? Achso, ich bin Sucher! Ihr müsst euch verstecken! Ja, okay, und wo? Ja, einfach irgendwo, ist ganz egal. Dieser Map halt, ne? Und dann hab ich irgendwie eine Minute, euch zu suchen. Okay, warte, ich probier mich zu verstecken. Digga, das ist hier auf jeden Fall sehr professionell. Oh, wir fungsen dir das Freundessystem an diesem Server. Nein, gib keine Ahnung. Das ist hier auf jeden Fall sehr professionell gemacht, Alter. Ja. Dass man hier außenrum sogar... Digga, ich bin noch nicht mal versteckt! Das ist schlecht. Ja, das weiß ich auch. Also für die... Luca B. Hart fragt, kannst du mich grüßen? Grüße geht raus! Ursula Hens, kann ich mit... Ich geh raus in Ursula! Ja, klar! Ursula denkt, sie wurde immer noch nicht gegrüßt, obwohl sie schon gegrüßt wurde. Ja, ich hab dich schon ein paar Mal gegrüßt. Der E-Craft fragt, streamst du regelmäßig? Ja, ja, ich fach jeden Freitag. Und der MC-Zool-HD oder so? Ich hoffe mal, war ich dir ausgeschrieben. Fragt MC, wie lange geht das Stream? Ähm, das Stream geht noch ein bisschen. So eine Minute oder so? Genau. Wo seid ihr? Ja, ich bin versteckt. Hinter einem Baum bin ich versteckt, Kappa. Wie witzig. Ja, danke. Du siehst in deinem Baum? Ja, ich befüge ich hinter dem Baum. Ja, ich hab noch 10 Sekunden. Ich seh sogar deinen Namen. Nein, ich weiß, wo du bist. Hab ich mich auch immer versteckt. Ich glaub, du weißt nicht, wo ich bin. Hm. Okay, ich hab verkackt. Ich hab verloren. Ja, eine Minute ist halt schon wenig. Ja, das ist schon so 30 Minuten. So, was ist jetzt für ein Spiel? Ähm, die Games. Hä, was ist das? Achso, ich hab noch nie. Hallo? Kann ich auch? Hm. Muss bei mir nicht wieder beitreten. So. Wo? Ich hab noch nie. Was kann man hier machen? Ich weiß nicht. Du bist also für eine... Warte. Ich hab noch nie... Digga, man kann nicht... Ich seh nicht mal die ganzen Text. so üblen Sex gehabt, dass ich danach Schluss gemacht habe. Ufstecker. Nee. Gut. Hoffen wir, dass wir... Ja. Ja, was ist das? Sind das für Fragen auf diesem Server? Du bist grad in... Du hast schon mal, ne? Hä, rot ist doch nein. Nein, rot ist ja. So. Und Kleber geschnüffelt, ja. Natürlich. Nein. Ja, natürlich. Als wenn rot nein ist. Äh, ja ist. Ja, natürlich. Kolinsky fragt, woher die... Schämt euch, Epsi-Zack. Geil. Die Abonnenten, das kann ich immer kurz erklären, hatten sie sich damals von Abgeordnete ergammelt. Bah. Iiii. Ja, ich lag jeden Morgen an meinen Fingern, Alter. Digga, bei den... Klein-Hits-Fans. Hit-Fan. Okay. Ich hab das Gefühl, Digga, dass es nicht jungfrei wird. Wenn ich dazu meine Äußerungen tätige. Ich hab noch nie... Ich hab noch nie... Ich hab noch nie jemanden geworbt. Ich hab noch nie... Ich bin so... Der E-Craft fragt, welche Maus benutzt du? War klar, dass du nicht so ziel bist. Ich hab noch nie... Ein Diebschweil beobachtet. Nein. MC Zocker, ich mach... MC Zocker, ich mach bald Videos und wollte fragen, ob du mit mir aufnehmen willst. Äh, Klocker. Der Luca P.A. Ich bin Patrick, was geht da? Die Ursula... Oder die vor allem. Ursula Hens, äh, Playstation 4 kannst du mir Freundesanfrage schicken. Ich heiße Sparlich-Held. Du kannst mir gerne eine schicken und dann nehm ich die auf jeden Fall an, weil ich kann mir das jetzt nicht alles merken. Ey, wir sind nur drei Leute, Digga. Was ist das? Was ist das? Das muss man machen. Hä? Also, so viele Blocke wie möglich abbauen. So viele Blocke wie möglich abbauen. Kolinski schreibt, ich weiß schon, dass er nur hochgepusht ist. MC Zool, HD. MC, können wir mal auf der PS4 zusammen Minispiele zocken? Ja, klar, kannst du mir in der FA schicken und dann können wir das gerne machen. So. Vielleicht sagst du auch mal, wie du heißt auf der PS4. MC Zock, MC bin ich nicht zocker. 1, 2, 3, 4, 5. Wie, man hat ja nicht mal ne Spitzzock oder so, muss ich das alles mit der Hand machen? Ja. Du kannst aber halt auch Blocke abbauen, die schnell gehen, bis mal die Gras und so. MC minus Zocker, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Minus Zocker, das bin ich richtig. Ja, Minus, ist ja egal. Ja, als ob du schon so viel hast. Ich bin halt der Beste, Digga. Ja, aber warum bist du der Beste? Weil er halt der Beste ist als du. Nein. Das geht? Ja, wir haben gleich viel. Nein, ich hab 25 Punkte und du hast 7. Hä? Wer da ist? Nachspiel, der ist aber als Müll. Wer hätte uns erraten, was Grapplex baut? Ich muss was bauen. Ja. Da steht im Chat, was du bauen musst. Wie lange habe ich Zeit? Da steht im Chat, was du bauen musst. Da steht er. Ah, okay, okay. Ich hab ne Idee. Du musst vorlesen, was da steht. Nein. Muss nicht. Klein Hits-Fan. Ja, er hat uns da. Er heißt MC minus Zocker. Digga, wenn ich es nicht errate, bekomme ich keine Punkte, nur weil du Kacke baust. Ach fahrt mal, fuck. Unter dieses Wort versteht man was anderes. Scheiße. Egal. Ich baue das jetzt einfach so. Ich baue jetzt einfach einen Berg. Auch wenn das gar nicht dazu passt. Ist mehr Wayne. Nein, nein, nein. Nein, nein. Es geht so um Häuser so, weißt du? So Häuser so. Ganz, ganz hohe Häuser so. Halt. So ganz hoch. Häuser, die sehr hoch sind. Ah, ich hab's. Ich hab's. Wolkenkratzer. Hoch. Ja, ich hab's schon. Ach du Kacke. Ähm. Ja, hab ich ne gute Idee, würd ich sagen. Der A-Craft fragt, kannst du mal Minecraft Private Edition streamen? Ähm. Wie kann ich dich dann mal anrufen oder anschreiben? Über Insta? Ja, genau. Wie muss ich das jetzt erraten? Muss ich das in den Chat schreiben oder was? Ja, genau. In den Chat schreiben. Was ist dein Wort? Ja, kann ich erst noch nicht sagen. Komm, das kann man aber gut erraten. Gib die mal noch. Gib die mal. Ja. Du kannst erst in 10 Minuten das erste Mal schreiben. Du kannst erst in 10 Minuten das erste Mal. Ja. Ja. Aua. An den Developer geht auf jeden Fall Props heraus. Haha. Wer ist der Server denn, wenn man erst in 10 Minuten schreiben kann? Ich hab auch so viele Anfängerfehler schon gefunden, Digga. Auf jeden Fall Props gehen raus, Digga. Kleiner Tipp, es ist Melone. Ist auch viel. Ja, ist mir klar, dass es Melone ist. Jetzt bekomm ich weniger Punkte. Das sieht aus wie eine Pizza. Warum baust du eine Pizza? Der baut eine Pizza in rot und keine Ahnung was. MC Zocker hast. Ja, ich kann halt jetzt nichts machen. Es tut mir jetzt leid. Ja, ist gut. Ich glaub Felix, du hast keinen TikTok oder doch? Natürlich. Spiel 5 von 5. Einfach auf dem richtigen Block stehen. Achso, wir müssen auf dem richtigen Block stehen. Das ist Pixel. Da musst du zum Glück nicht den Chat schreiben. Aber weißt du was der richtige Block ist? Den bekommst du noch Hands-Inf. Aber der Server ist an sich halt wirklich richtig cool. Es gibt halt noch ein paar Fehler, aber... Ja, wenn man nicht erst in 10 Minuten schreiben darf. Ja, es gibt doch natürlich ein paar Fehler, aber Fehler sind menschlich. Ich werde hier als erstes verlieren. Vertraue, ja. Mann, jetzt kommt doch! Aua! Wenn grün kommt, musst du dich auf blau stellen und so halt. Das sind halt immer diese verschiedene Farben. Halt die Fresse. Hä, wenn grün kommt, musst du dich auf blau stellen? Nein, das ist so, wenn du grün bekommst, ist grün Lava. Dumm. Du bist so ein Idiote, ja. Einer, auf den ich fall da rein. Einer, auf den ich fall da rein. Dumm. Aber das erste Mal dauert es so lang, bis es eine Farbe kommt, ne? Das ist... Ja, das dauert so lang, denn da hat man ja Reaktionszeit wie ein Eichhörnchen. Das sag ich doch. Sogar der Luca, äh, P. Hartz, äh, stimmt mir zu, dass das, was du gebaut hast, ne Pizza war und keine Melone, Alter. Ich hab auch erst Pizza geschrien gedacht. Ach, das. Wir haben ja nicht auch alles hier jedes Mal. Drei Jahre, oder was? Ja. Hä, man hat ja immer so viel Zeit, da? Ja. Ich kann auch unter den Wegs hier zwischen den einzelnen Böcken hin und her springen. Ja. Ja. Läuft da eigentlich ne Zeit ab, so dumm, 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 und dann hast du da so schnell rauf? Nee, gar nix. Schnell drauf. Da kommt alle zwei Minuten mal ne Farbe. Einfach Wagnis programmiert. Wir werden hier halt erst dann scheitern, wenn der Block nicht in der Nähe ist, so. Ich weiß. Nein, ich war sogar drauf! Ich auch! Ich war sogar drauf und bin auch weiter gesprungen. YouTuber MC Soccer gewonnen, ich hab gewonnen. Kann ich jetzt auch mal ne Runde mitspielen? Ja klar, ähm, warte, ich mach jetzt nochmal ein JoinMe, dann kannst du beitreten, okay? Ja, danke! Hat er sich den YouTuber-Rang ergammelt? Der Floß, komm zu mir! Ich will... Seinen Anwalt reden. Ich. Ich will Anwalt reden. Ich. You. Du benötigst den Premium-Rang, um mit dem Chat schreiben zu können. Rotze. Bester Server, Alter! Bester Server, ironisch gemeint. Absolut. Erst musst du... Erst musst du zehn Minuten warten, und dann... Das... 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 Das Spiel kann beitreten. Drittchen auf. Weitreten. Hier sind jetzt übel viele drin. Auf meinen Sucht bekommst du aber keine, äh, so, hey, du möchtest einen Chat schreiben? Ja, kein Problem, warte zehn Minuten, dann kriegst du eine Nachricht, du musst erst Premium haben, um zu schreiben. Hier, ja! Ja, irgendwie Minispielen, da kann man nicht direkt schreiben. Das ist unten nochmal... Ah, ne! Weil wir müssen in eine neue Lobby gehen, Leute, weil hier, die haben schon angefangen zu spielen. Hier können wir nicht mehr gewinnen. Hä? Ich bin irgendwo gespawnt im Bug rum. Zurecht. Ich stelle mal neuesten Server. Probier doch mal... Search C für den City Builds. Aber C heißt doch ja. Ich kann nichts machen! Ey, was ist das jetzt hier? Ja, zock mal einfach ne Runde da ohne mich, ey. Das ist voll komisch da, keine Ahnung. Du bist bereits mit deinem Lobby verbunden. Hä? Hallo, hier ist Peptiger! Hallo! Liebens! Leer, wo sind wir hier? Ich back hier voll rum. Hast du Zeit auf Mixelpixel spielen? Ähm, Mixelpixel kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Hast du auch grad nichts im Inventar? Backst du einfach irgendwo rum? Ja, also ich back nicht, ich lauf hier rum. Also, ich bin am spawnen, ja. Hey, bin ich am spawnen. Geh schlecht tippe, ja. Nö. Ich geh mal auf einen anderen Server und dann komm ich wieder drauf. Ja, warte ich. Ja, mal rein. Ey, du hast halt ja mal ne Videobeschreibung oder so. Was ist denn bei dir los? Hab ich? Nein, du hast nicht mal ne Videobeschreibung. Ja, natürlich. Oh, oh, das ist leicht. Alter, ich muss den Server jedes Mal neu reseten. Cooles Video, äh, danke dir. Aktiver Stream seit vier Minuten. Ja, seit 42. Hä? Hä? Was ist das? Ich back hier rum. Siehst du in der Lobby aber auch alle ohne Name Tag und so? Ja. Doch nicht wohl der beste Server, wie du gerade vorhin gesagt hast. Ich hab da noch ein paar Macken. Guckst du auch oder so? Äh, ja, ab und zu. Leute, schreib mal. Schreib mal. Schreib mal. Hashtag Gomme oder Hashtag, ähm, Griefer Games rein. Wo wir jetzt noch, ähm, hingehen sollen. Was ist? Warte mal, ich geh mal. Ist das der TS schon längst weg? TS? Du bist rein schon. Ich geh mal auf den TS. Pla, pla. Wie hieß immer der Server? Pla. Platinum oder irgendwie sowas. Okay, Griefer Games oder Fromme. Einer aus dem Griefer Games? Das ist cool. Digga, ich werd hier grad aus Günzburg aus Bayern angerufen, Digga. Wer, 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 wer will denn da jetzt was von mir, Alter? Vielleicht werdet ihr nen Car-Pot verkaufen? Ja, Digga, erst mal, äh, sollen wir mich auf den... Sehr ganz gut. Und wie geht's dir, Luca? Ich frag mal kurz, Schreib. Ja, bis gleich. Hashtag Griefer Games oder Hashtag Gomme? Bisher ist erst einmal Hashtag Griefer Games drin. Hashtag Gomme, eins, eins. Hashtag, okay, Griefer Games, zwei, eins. Wie geht, drei, eins. Wollen wir mal? Ähm, fünf, drei. Fünf, drei. Sechs, drei, sieben, drei. Ja, okay, es ist eindeutig Griefer Games. Sogar die, hä? Devon 330, die Tag. Das ist noch der letzte. Ja, ich weiss. Ich hab's noch nie. Also. Ja. Ähm, hallo? Ja. Ähm, hallo? Ja. ich bin seit zwei minuten im support und ja ich wurde immer noch nicht gemovt und es ich bin die einzige im sport jetzt nicht mehr haben sagt ja vielleicht online wahrscheinlich hat aber auch gerade wahrscheinlich macht er gerade vielleicht auch irgendwas mit dem server kurz es wäre cool wenn ich jemand mal kurz dp'n könnte weil ich bin hier komplett nirgendwo und hab keinen info gar nix ja wir haben auch kein info games gehen ja ok leute dann gehen wir halt auf info games wir haben auch kein info noch nicht der beste server auf danke für deine unterstützung forum.ria.net ja ich bin mal gespannt wie lange man dort bei dem das tier süd bleibt keine ahnung es ist sogar ein supporter unten in laber ecke jetzt ist er weg allerdings die anderen guckt euch auch noch mal meine videos an so viel geld verdienen auf die vergangenheit bis auf jeden fall nice tipps drin wir auch um viel geld kommen können von verschiedenen pasinos zu verschiedenen handels taktiken und und leute also ich kann uns auf jeden fall nur empfehlen und da kam direkt ein tausend dollar man job leute das ist das ist krieger games da hat er um mit seinem geld zu flexen hat er erst mal sein sein gesamtes geld daraus heute alter sieben millionen alter voll der reiche typ der ohne witz soll ich sagen ich erzähle ich erzähle ich erzähle in den videos wie man viel geld machen kann hat dann null dollar auf dem konto ja voll der reiche kerl hier alter hast du hast du das onplot eigentlich ne hat er nicht der lost point ich will mir irgendwann mal eins auf eins kaufen aber es kostet 60 millionen ich würde mir sowas von kein 12 auf 10 wie eins kaufen also wenn ich meinen erstgäste verkaufen würde hätte ich 12 millionen aber mit einem plotz drum und dran vielleicht noch würde ich irgendwie auf 15 mir kommen mit allen sachen die ich habe aber aber vielleicht noch ein stream so zu ostern ja an ostern bin ich nicht ich wollte gerade sagen nicht zu hause welche ausrede nein spaß ich weiß es nicht aber ich denke ab dem sonntag werde ich nicht streamen da ja warum da würde ich halt noch bisschen was mit der familie machen sobald man halt was machen kann du hast einen dislike wahrscheinlich war es der der plarion gehört ja ähm lanetime bin grad live wie geht's dir du meinst lametime ich mein laim lametime ja nicht lane sondern lane also lahm lustig ich guck mal das jetzt an hier mc zogger nehmen wir mal seinen youtube kanal unter die lupe aha hier haben wir schon den ersten fehler ja ok lanetime geht's auf jeden fall gut leute mal gucken ob er jetzt auch TS kommen kann dann warte mal wie viele spawner hast du hier sieben oder so glaube ich ja voll gescheitzt drei ein irgendwie kommt mir dieses plot so übelst bekannt vor keine ahnung sag ich was komplett deine köpfe komplett außen rum ich hab auch noch ein köpfe museum von allem kläre geradeaus mit dem ähm clan achso ok kläre geradeaus mit dem clan mein freund achso ich hab mal kurz die freund äh 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 warte jetzt hab ich falsch gemoved warte willst du immer meine community farm ansehen also unsere community farm ansehen von unserem clan vielleicht schon mal eine geile farm vielleicht schon mal eine geile farm oder weil es gibt halt wirklich viele viele bessere farmen muss ich auch so zugeben wie zum beispiel auf cb2 prlpm btw zu den community farm hab ich mal ein video gemacht also wenn ihr coole community farm wollt auch auf jeden Fall mal mit dem youtube fanat vorbeigucken ne du hast mein video du hast meine unsere farm noch nicht gezeigt die hast du im video nicht gezeigt kann ich auch bis eben nicht ja die gab es ja auch noch nicht die gibt es ja auch noch nicht so lange angucken cb22 ja Leute ich würde sagen die gamme hast du dir erfahren ne was ist denn hier los alter hier ist ja komplett in körper voll wenn ihr eurem kopf um mein körper museum spenden wollt immer gerne einfach msgme wenn ihr mich irgendwo auf körpergames seht ich geh jetzt auf cd22 weil körper nehme ich natürlich immer gern das körper museum phdti farm komplett überfordert also der flur ok der flurex ist aufhinein da Architecture das ist einfach nur ein Bug der noch nicht ganz gefixt wurde aber daran wird gearbeitet ich habs geschrieben im chat d d d d? ach so ich hab t d d geschrieben Dann hab ich noch ein wildschwein umgebracht aufm weg dorthin ohhhh das sieht echt geil aus da… guck mal Darf ich ganz kurz euch einen Vorschlag machen, wenn ihr genug Geld habt? Ich hab grad eine Million bekommen, danke. Ja, das ist einfach. Ja, kommt ausfüllen und dann irgendwelche Wände hinstellen, ne? Und dann, wenn ihr diese Wände habt, macht da überall Wasser rein, ist viel Arbeit, und dann macht da den einen oder anderen Guardians vorne rein, das wird richtig geil aussehen. Nein, macht das nicht. Ja, das könnte man irgendwann mal vielleicht machen oder so, aber erstmal nicht. Ich hab mich ignoriert. Hauptsache hier Barrieren geplaced, ne? Ah, ne, doch nicht. Hä, nein? Ja, ja, das Glas ist bei meinem Texture Pack unsichtbar. Aber natürlich nicht bei meinem Texture Pack, Leute. Wenn ihr euch mein Texture Pack downloaden wollt, das hab ich grad beiderweil gar nicht drin, auf jeden Fall mal in die Beschreibung gucken, und wenn ihr es da nicht finden solltet, einfach mal in die Beschreibung meiner letzten Videos gucken. Weil, ja. Komm, hier geht's rein, hier geht's eigentlich die erste Farbe. Oben ist noch ein 27er-Merch, kannst du dich auch noch angucken, so. Nämlich nicht. Aber... So, Leute, wir sind übrigens auch schon 6250 Abonnenten. Es ist noch nicht lang her, dass wir die 6k geknackt haben. Jetzt haben wir auch einfach schon wieder ein Viertel von dem nächsten Tausender. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute. Ähm... Und wenn ihr auch grad dabei seid, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Dann fliegt euer Name hier einmal durch den Stream. Das kann dann jeder sehen mit Musik. Und die Person wird dann auch mal persönlich von mir gegrüßt. Und, ja. Über ein Like würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, denn sofort ist kein Mord. Ich konnte einmal diesen Satz sagen, sofort ist kein Mord. Der MCTool hat die gefragt, du morgen Zeit hast. Hast du morgen Zeit? Ähm... Generell... Ja... Fancy. Morgen muss ich tatsächlich noch Geschenke... Warte, lass mir mal was überlegen. Äh... Morgen kann ich tatsächlich leider nicht. Vielleicht kannst du ja nach Ostern MCTool, weil morgen kann ich nicht online kommen. Willst du dir jetzt die Sporder hier noch dreimal angucken, oder? Ja, ja. Sehr schön. Ja. Hier geht's weiter. Wollt ihr nun hören, warum jetzt dieser Kack war bei Plarion oder nicht? Hä? Ich kann nicht auf die Enderschaft zugreifen, aber... Was wollen wir hören? Warum dieser Bug entstanden ist, warum du in der Luft geflogen bist. Ja, warum ist der entstanden? Weil das ein Kack-Bug war, der gerade gefixt wird. Andererseits kannst du auch daran... Wer hat dich denn gemoved? Der Moderator, I don't know, wie er hieß. Warte, wie hieß... Hieß der Winintchen? Keine Ahnung. Ich war komplett überfordert. Weil er mich gemoved hat, und dann hab ich mich hier gemutet, was ich gar nicht wollte. Oh doch, hab ich mich gemutet. Dann hab ich mich da gemutet. Dann hab ich mich da wieder gemutet. Dann hab ich mich da wieder gemutet. Dann hab gesagt, ich bin gerade nicht überfordert. Ich kann ja nicht drauf zugreifen. Ich glaub, das ist richtig. Du kannst nicht auf die Kiste zugreifen. Wie? Ich kann nicht auf die Kiste zugreifen. Ich hab doch vorhin eine Million geschenkt. Du musst da drauf zugreifen können eigentlich. Ich kann nicht drauf zugreifen. Habe ich die Flag nicht aktiv? Warte, warte, warte. Ja, weiß. Ist das dein Plot? Ja, ja. Auf 10 Viertel, um 19.24. Wurde der Titel komplett komplett abgeladen. So, dann seht ihr das erste Abo. Hallo, Riesorizo. Vielen dank für dein Abonnenten. Für dein Abo. Was ist denn mal die Flag von der Redstone-Kiste? 146 glaube ich dann habe ich die flag falsch gesetzt ich guck nein meine beförderung was falsch machst heißt das ip leute ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal in mein plum casino und versuchen da noch mal was zu machen bestimmt auch ganz lustig mal das ist gelastet aber gut dass du mir das gerade gesagt hast weil das ging letztens noch aber ich habe letztens die flex aber geändert das ist bitter belastend okay aber schlecht was ist das denn alter so leute sagen wir legen uns das mal nicken mc zucker live ich kümmer mich darum ich bin aber sowieso ein bisschen weg man sieht sich nachher noch mal ich glaube ich habe wahrscheinlich die falsche idee gegeben auch so man kann jetzt zugreifen ein problem ob du zugreifen kannst weil sonst hast du ihn gerade gescannt ich weiß ja nicht wenn ihr seid ach so wir waren auf 22 ich glaube ich glaube ich bin ich aber jetzt sieht das so aus nur nicht richtig schnell ist wo soll ich hin ich es konnte tp 22 stich ph lass mich nicht lügen lass mich nicht lügen lass mich nicht lügen slash ph d t y farm angeschrieben hier ist einfach ein hotdog so danke für ursola hentz für den abruf vielen vielen dank ich verstehe nicht warum ich da so was hinstellen wo drauf steht ab 1k und dann kommen leute und die kraft war mal ein youtube-kanal vorbeischauen und nicht wie kann man heißt auch irgendwie zu er klar auf jeden fall ihr könnt auch mal auf ins zu drauf drücken und dann mal ein ab oder lassen auf jeden fall auch ein aktiver zuschauer von mir ich musste nie na aber bei lea muss auf jeden fall mal vorbeigucken weil die mit der mache ich auch videos zusammen auf jeden fall wie sage ich das am besten cooler mensch ich bin cool damit sag ich doch und jetzt sechs ist für die schwälder und ruhe und wenn eine oder näher kommen kommen verdoppelt ich nein wenn Gras kommt mal behalte ich dein Bild wo bist du jetzt eigentlich hingegammelt auf CityBild 4 ich betreibe gerade mein Casino oh ähm danke MC Zuhl für dein Abo du bist noch nicht in der MC Ami gewesen jetzt bist du es auf jeden Fall ab wie viele Abonnenten bekommt man eigentlich den Mitglied werden keine Ahnung das habe ich extra ausgelassen ich könnte das anmachen das ist extra gängig ah ich muss mal kurz guck mal Leute das verstehe ich nicht er fragt mich erst wie es geht dann erklärt es ihm dann fragt er mich ob man ähm ob man ähm gewinnt man zu 100% ich verstehe es nicht weil warum wenn man zu 100% gewinnen sollte ne dann würde sich das auch nicht lohnen für ein Casino Betreiber ähm danke Neidlos für dein Abo ne Abo zurück und dann wieder gehen das geht gar nicht also es wird dann nicht mehr angezeigt sobald ich weiß es wird dann nicht mehr angezeigt sobald ich weiß Ich bin auf jeden Fall am Gewinn. Ja, liebe Nextwoods, kann ich einmal spielen. Ähm, gleich, es ist noch einer vor euch. Okay. Gleich, und wieder krass. So, ähm, wenige, äh, wie lange stimmst du noch? Ich weiß es nicht, ähm, 60 Minuten. Okay, der hat verloren. Jetzt hat er wieder gewonnen. Ich glaube, ich bin 1 K plus, Leute. Ähm, wie heißt du? So, Leute, jetzt ist der SX dran. MSG SX bist dran. Ähm, ich auch, nice. Ähm, machst du Gewinn mit dem, hier, Blöcke Casino. Äh, ja. Ich hab das erst seit heute und bin ungefähr 130 K plus. Okay, er hat jetzt leider verloren. Ich bin 2 K plus, Leute, glaube ich. Äh, ich bin 2 K plus, Leute, glaube ich. Er ist jetzt nur noch 1 K plus minus und ich bin 1 K plus an jemand anderem. Ich bin wieder da, ich sollte nur essen wollen. Achso. Sagen, Leute, der Stream ist auch in 7 Minuten vorbei. Ich bin jetzt eine sehr ungerade Zahl, wenn die Uhr 35 ist. Dann stream ich aber genau 70 Minuten. Okay, dann ist es in 5 Minuten vorbei. Wo ist dein Casino? Was? Wo ist dein Casino? Im CityBit 4, mein drittes. Ja, 4, ich weiß. Achso, ein drittes. Wow. Ja, 4 Blöcke ist gut. Willst du spielen? Okay, hab ich Geld. Hey, warte. Warte, wie viel kann man gewinnen? Äh, wie viel ist dein Einsatz? Äh, 1 bis 50 K. Ich hab doch gar keine Blumen oder was weiß ich mit Blumen, Alter? Hä? Kennen sie das Spiel? Ne, sehe ich so. Ich will ja nicht so dumm fragen. Also du payst mir irgendeinen Betrag, ne? Da mach ich dir Knochen mit drauf. Wenn eine Blume kommt, bekommst du doppelte zurück. Wenn zwei Blumen kommen, bekommst du es dreifache zurück. Bei drei Blumen das vierfache. Bei fünf Blumen, äh, bei vier Blumen das fünffache. Komm, aber nur Gras behalte, ich denke ich. Mhm, mhm. Kannst du mir kurz 2K leihen? Ich bin ein bisschen arm. Ne, du musst ja nicht spielen. Was bringt, wenn du das verzockst und dann, hä? Abheben. Ist der andere eigentlich noch da? Ne, der ist doch weg. Kommt ihr es? Ja. Oh. Hab ich. Oh ja, der hat eine Besprechung. Schade, Leute. Da kam ein Setzling raus. Ich möchte wenigstens einen Cent wieder. Kann sogar alle Setzlinge haben. Nö. What the fuck, Alter. Willst du mit Werbung machen, dass du auf einem Drittgeist-Halb-Gumper-Sino ist so? Wenn ich bezahlt werde? MC oder Fortnite für MC? MC ist besser. Oh. Sorry, kann ich schreiben. Naja, ich auch nicht. Hä, du mal kannst schreiben. Ne, wenns darf ich mich nicht. Hä? Dumm. Was macht er denn? Oh, ich hab auch VIP. Frecke, krass. Ich schreib ihm so über den Live, er geht direkt weg. Ich hab mit deinem Drachenei, hast du mehr Geld eingebracht. Denkst du? Ja. Ja, ich hab mit dem, hatte ich Tage, da hab ich eine Million am Tag plus gemacht, aber hier bin ich jetzt halt, ja ich bin jetzt bei 100, ähm, bei 100, sechs, 134K plus heute. Und ich mach das auch erst seit heute. Ich mach das auch halt nicht so viel. Aber die Sache ist, bei Drachener Casino kann man gar nicht mehr ganz viel verlieren. Dann geh ich doch lieber auch auf safe. Ich geh auch nie mehr durch. Ich geh auch nie mehr durch. Ich geh auch nie mehr durch. Achso. Backfisch? Ja. Du isst Fisch? Backfisch. Also Fisch. Ja, Backfisch, aber auch nur. Und Fischstäbchen. Nee, aber auch nicht. Backfisch. Und Fischaufstrich, aber mehr nicht. Ja, und halt alles, aber sonst nix. Das wäre doch eigentlich die Sache. Ähm, danke Pascal, der, Pascal, der Boss, glaub ich, für dein Abo. Alles, zwei Leute. MC und Lea, wie geht es euch? Ganz gut, und euch? Mein richtiger Name ist Fabian. Okay, dann Fabian. Perfekt. Ursula. So, vielen Dank, Leute, da ist auch gleich der Nächste. Und ich würde sagen, der Stream ist auch hier jetzt an der Stelle zu Ende. Wenn es euch gefallen hat. Ich hätte bloß acht gemacht. Lasst doch, lasst gern ein Like da. Haut rein und ciao. Bruss.